Das erkennt man, was das da ist. Das ist der Schloss Alec Landria. Und warum steht der Queen an? Ja. Ja, so ist es. Tina kann sich nicht daran erinnern, wie Alec Landria zerstört. Weil er war zu der Zeit nicht da. Deshalb hat er einfach nichts gesehen. Eigentlich wollte er Alexander selbst haben. Mit den Windwirbeln. Aber da hat Garland ihn ja dazwischen gefunkt. Alexander stattdessen. Ich weiß nicht. Getötet, sag ich nicht. Warum das Ganze? Was hat Kuya so aufgebracht? Hey! Engelsflöte. Ulpe. Okay. Guckt mit Gliedern aus. So. Steiner. Ach ne was. Steiner hat ja... Das Richtschild war ja gar nicht bestehen. Dann schauen wir kurz an, was Lilly hat. Ob es sich lohnt, den Weißmaier zu wechseln. Und sie kriegt ihre... Oh, ne. Andererseits. Der aktueller Staat sieht er seltsam aus. Aber ist schon ganz nett. Sieht nicht so aus. Vielleicht würde sie hier irgendwas brauchen. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken. wie weit Freyas, äh, den ganzes Leere der Ninja ist. Also. Lilly kann ich jedenfalls eigentlich abschneiden. Auch wenn das gemeint wird. Wow, wow, wow. Wir haben jetzt in der Zeit fast 100 AP gesammelt für Freya. Nur mal so... Fürs Protokoll. Ist mir trotzdem egal, weil Steiner hatte ihre Leere der Ninja, glaube ich schon. Äh... Sie dann hat's? Mahagon hat's? Na gut, Mahagon hat's nicht. Äh... Wer kriegt ein paar Springerstiefel? Sie kriegt das paar Springerstiefel, er kriegt... So... Den... Hallo... Perfekt. Ihr seht, wie lange das Ding dauert. Einfach nicht schön. So... Gucken wir mal wieder wechseln. Willi! Der muss natürlich erstmal eingestellt werden. Der wird jetzt mal ausgerüstet. So... Magia-Stock... Gold-Caption... Irgendwas hat er da nicht verbessert als ein Zauberwert. Nein, nicht gut. Ach so, jetzt war das Schakammer. Das ist ähnlich gut. Zauberarmreif... Genau. Schattenrufe. Können wir die inzwischen... Ne. Unmöglich. Die wird nicht in die Tasche gesteckt. So... Und er kriegt irgendwas Schönes mit Zauber. Äh... Die Schliefe geben nur eins. Zwei Zauber will ich mindestens haben. Hier von der Zauberspiele. Weil ich meine, es wäre besser. Es wäre mehr möglich. Zerstärke, zwei Zauber... Ordentlicher Reflex und Zauberarbeit. Also Eifersplitter wäre eine Idee. Oh. Oder Darts. Fahrrad ist momentan top. Ja, Fahrrad ist top. Das habe ich schon bei... Äh... Eiko geguckt. Gut. Das ist meine Ausrüstung. Steht jetzt. Abilities. MP50 hat er schon. Äh... Ich brauche noch ein paar Level, bis es für Thermometer reicht. Aber... Ganz ehrlich, lieber Thermometer als die ganze Gifte rein. Oder warte. Warte, warte, warte. Das kann ich anders machen. Er lernt momentan keine Abilities. Also machen wir das so. Er ist nicht... ...überhaupt... ...ellgemein. Also... Du hier brauchst Ability ab. Pass auf. Gut. Zidane braucht Ability ab nicht mehr. Das ist im Moment nicht. Ich kann stattdessen mehr Ansatzkampf frei. Mehr Ansatzkampf frei. Mehr Ansatzkampf frei. Exorzismus und Pestizik werden das dann... Wenige er eigentlich hat, ne? Wer zu den anderen? Nö. Eiko lernt auch nicht mehr. Oh, hat auch nicht mehr. Oh, Sekunde. Entschuldigung. So. Du... Warte. Warte. Hier habe ich... Hier habe ich... Die Abschirm weg. Ach, genau. Auch beendet. So. Wenn man sich... Äh... Bibi's MP-Kosten anschaut ohne Reduktion... ...ist schon Feuer. Äh... Flair wird unser Standardangriffs-Zauber jetzt. Das ist schon... ... bitter. Jetzt können wir zelten... ...und speichern. Wollen wir zelten? Einfach weil wir's können. Der mysteriöseste Ort. Ein Ort von weder dieser noch Terra-Welt. Und wir zelten. Was dann? Weil Camping. Das ist der Grund. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 28.000. Ich hoffe, hat das reicht. Ja, ihr werdet euch fragen, wofür Geld? Ganz einfach. Es wird noch einen Punkt geben, wo wir Geld verwenden... ...können. Tür der... Äh... Ich dachte, dass Schloss Y wär abge... ...wär durcheinander gewesen. So. Ja. Äh... Warum freue ich mich so übermäßig auf Vivi? Ganz einfach. Äh... Vivi ist... ...der einzige Idee, mit dem man... ...stabil in jeder Runde... ...was bist du? Ach, Schuhe. Schneestaub. Ich hoffe mal, das ist kein Frost... Äh, kein... Okay, es ist AE... ...AE-kuppliger als Schaden. Alles klar. Flare, bitte sehr. Ja, warum benutze ich nicht Meteo, sondern Flare? Ganz einfach. Ähm... Flare kann verreflektiert werden, aber dafür kann Meteo verfehlen. Und... Äh... ...ähm... ...dann habe ich es wieder verlässlich. 1000 Schaden. Okay. So. Ihr sollt euch wundern, wie kann man mit Vivi verletzlich jede Runde... ...Dings... ...ma... ...so viel Schaden machen. Ganz einfach. Ist zwar teuer, aber ich habe es euch schon mal gezeigt. Die Sache mit dem Doppelreflekt. Bedeutet, wenn Vivi Zauber reflektiert wird, bekommt er doppelte Stärken. Also wird er doppelt so stark. Das klingt fast wie ein Nachteil, weil üblicherweise ist er ja nicht gerade gewollt, wenn ein Zauber reflektiert wird. Es gibt aber die Möglichkeit, einfach Vivi... ...immer Reflekt und Doppelreflekt zu geben. Und dann die Zauber, also Flare, immer auf sich selbst zu wöcken. Es wird dann auf einen zufälligen Gegner reflektiert und der kriegt ein doppelt starkes Reflekt ab. Und das resultiert fast immer in maximalem Schaden. Und ja. So habe ich mich das letzte Mal durch den Tag schon hier durchgeboxt. Oh, was weiß ich nicht. Erinnerungen der Leute. Ha, 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 ha. Guck mal. Noch mal Karten. Gut. Na gut, dass wir es einmal rausgefunden haben. Ach, ja. Ich finde es interessant, wie hier wirklich pro Screen die Gegner sich wechseln. Nur so ein bisschen. Oder der Aschur ist einfach noch selten, ich habe keine Ahnung. Aber naja. Ja. Ich nehme alles zurück. Ja. Ich nehme alles zurück. Ein bisschen anstrengend. Es wird einfach in der GKs eigenes GKs. So. Gerade hier wird uns jetzt der... äh, der liebe Vivi extrem, wie sagt er, vereinfachen, einfach bei, äh, Zauberdämpfeln. Das heißt, ich habe es halt ab und zu machen, muss es sich um Vivi extrem wenig kümmern. Aber ganz ehrlich, mit dem Energieschub kann Mahagon das. Ich weiß noch, äh, letztes Mal war es so, dass, ähm, Chakras, so ohne Energieschub halten, hat es nur 60 oder sogar Haie. Mit ja, glaub ich, 20% der Max-NB oder so. Da sind dann halt nur 60 oder so. Ja. Und, äh, das heißt, alle zwei oder drei Flares müssen ein Chakra auf ihn geschmissen werden. Jetzt im Moment, glaube ich, ich halte ein Chakra, äh, definitiv 100 oder mehr. Das heißt, wir können das Ganze ein bisschen lockerer angehen lassen und machen, sonst hat mehr anstrengend. Da ist er. Nein. Das ist doch nicht so. Haha, ausgedacht. Können wir mal gucken. Wenn er das überlebt, wie viel das heilt. Und Schluss. Schon praktisch, so ein Ding. Schon praktisch. Und auch definitiv stärker. Selbst wenn man, selbst wenn man Mahagon das einfach abzieht, selbst dann wiegt er es auf. Weil die anderen zwei haben ja auch jeweils 3000 oder so gemacht. Drei Leute level up. Yeses Maria. So, weiter geht's. Also. Ach, hier geht's lang. Oh. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch. Dass sie dann das ja sieht. Dass die alle Leute alle sehen. Denn. Ja, es ist nicht seine Erinnerung. Oh. Verdammt. Wieso nehme ich immer alles vorweg? Einfach nur, dass ich selbst mitdenken. Das ist schlimm. Ja. Genau. Genau. Ja. 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 ja das weiß nicht so hinterlegt aber es hat zu ergeben denn zauberpunkten ja nicht vom hinterhalten oh ne 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 das muss jetzt echt nicht sein dass der sich stärker macht bin ich jetzt schon ein bisschen anders glaube ich nicht dass er dann noch dazu kommt die vier einzusetzen weil sie dann zweitens flair kaboom und jetzt stellt euch mal vor man hätte den stab gar nicht bekommen oder die rose hätte flair nicht mit elementar gas und sich schmeißen war nicht so klasse oder benutzt den alten komet zauber auch nicht so dass wir kommen mal und weiter geht's aber ja das auge kennen wir haben wir noch irgendwas Das ist eine unerschöne Gott schön Findet noch wer Charaktere wie Galan so unglaublich anstrengend? Die alles andeuten, aber nichts verraten Das ist jetzt neu Das klang ja gerade so als wäre diese Macht Alexander gewesen Der schien mir ehrlich gesagt nicht so übel drauf Cool Cool Der Screen aber auch Zeitintervall Ähm, wir stehen ja gerade ein bisschen schräg, aber egal Schon wieder einer von den Spezies Von den 4K aus Mit SN am Ende, bitteschön Oh, was bist du denn kleiner? Ach ja, 4 Oh, war das nicht ihm? Pfui Ja, ne Ne, 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 ne Ah, das Viech ist echt Das Viech ist echt eklig Das Viech ist wirklich mies Daran erinnere ich mich noch Äh, einfach aufgrund seiner unbequemen Eigenschaft Äh, einfach aufgrund seiner unbequemen Eigenschaft Dass er ständig, dass er anfängt seine Werte immer weiter zu reduzieren Hör, machen wir einen Zauberwälder Wir gehen, wie erhöht er sein Seit diesem Kampf darf man nicht mehr in die Länge ziehen, sondern dreifend ein wirklichen Stücke Ich persönlich hoffe, dass er also, hoffe also, dass er nicht so viele tolle Sachen zu klauen hat Steche haben wir schon Konnten wir schmieden Wenn wir nicht in den Federstiefen zuwanderen Dussrack Das ist ein uraltes Schwert haben wir im Inventar liegen Alles klar, wir können weiter anreißen Ich sag bloß, wir hauen jetzt alles raus, was geht, weil, äh Je länger der lebt, desto unbequemer wird es sein Wir könnten einfach mal was mit Herzen anfangen Weil wir haben ja so ein bisschen Farms Ja, das ist auch ganz normales Standort 1,9 hoch, als es nicht passiert Können wir einfach mal gucken, Kostja Nein, wir brauchen die Nähne Oh Futterland im Peak greift nicht viel an Naja, also man kann sich wirklich auch mit Weißmagieren schön am Schaden machen Oh, der sollte vielleicht mal Chak-Hacker, äh Wie wie eine Chak-Hacker Sonst Ja Hier wäre ein Drachentöder großartig Ich glaube, das ist die einzige Billet, die wie Pfeet, wenn ich mir das nicht so ansehe Äh, was Dann kriegt wieder Schaden wie sonst Weil ich glaub, der braucht noch echt mal eine neue Rüstung Also eine vernünftige Rüstung Okay, äh, ja Nicht so klasse Wir sollten schon aktuelle Sachen werfen, wenn wir werfen Natürlich könnten wir ja auch Keine Ahnung, was würden wir das könnten Wir könnten ja mal Samuse werfen Nee, wir könnten es doch lassen, ne, aber So Ich bin nur ein paar Da keine Okay, find ich cool Genau, machen wir's so Und 112 MP Ja Ist nett Sanctus Anreifen Bumm 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 Das ist jetzt echt mies Das ist jetzt echt mies Aber Herrgott, da kann man eben nix machen Bis dann wird leben Ich könnte natürlich jetzt mit, äh, Eikos Waffe stärken sein Das ist doch wieder ein bisschen erhöhen Um dem so jetzt gegen zu dürfen, sag ich mal Oder ich töte ihn einfach mit zaubern Wie die ganze Zeit schon Ihr merkt, wir verlieren mit 15 Schafens So, danke So viel zu Tiamat Nochmal mehr, okay Was war Suphex eigentlich normal? Ach ja, das erhöhte die Effektivität von gebrauchten Gegenständen Genau, da war ja was Gut Hätten wir das auch erledigt Also ihr merkt, so richtige Bosses sind das eigentlich Die sind zwar deutlich stärker als normale Gegner Aber so vollwertige Bosse Nääääääää Ja bitte Brutdeckdring Oh, das dauert Dann kann das dann natürlich machen, wenn ich meine Billet hier abgebaut habe Oder habe ich einfach nur wenig gekämpft? Nö, ich habe einfach nur wenig gekämpft Shit happens Weiter In das Auge Wo sind wir jetzt? Ruine der Erinnerung Na stimmt, hier ist nicht so viel übrig Hör Wart Diese Speicherpunkte sind echt mies versteckt Echt So ganz ehrlich Ich meine, den gerade habe ich nicht nur die Züge gefunden Hier ist wohl sonst nütz Oder was? Achso, hier geht man weiter Wie denn Boss? Nein, normaler Kampf Ja, das war so am Ende vom Screen Der ganze Screen war leer Und da dachte ich mir an Ah, wer weiß Speicherpunkt da vorne Wie könnte der sein können? Hallo du Ich habe keine Angst vor dir Ich habe immer noch keine Angst vor dir Ich habe immer noch keine Angst vor dir Ich habe durchaus noch keine Angst vor dir Die Wunkhalle sieht aber cool aus Ich muss mal sagen Ich muss mal sagen 281 MP sind das ist ein Maximum Okay Das reicht für eine ganze Menge Flair wenn es drauf ankommt Nein Denn zwei Flair Und drei normale Angriffen Für genügend Ratschlich einig zu töten Ermüssten Ein normaler Angriff Und Flair und Sanctus Eigentlich reicht Sanktus macht so viel Schaden Geht gegen die anderen Ugh Ja, zu gut ist. Es fiel halt einfach zu wenig an Zauberungsverteilung. Dankjus ist, glaube ich, der Faktor der stärkste Einzelseelszauber von den Werten her, also von der Zauberstärke. Aber halt, die Sache liegt auf dem Weiswagen. Gut, gehen wir weiter. Verloren Erinnerung. Wer kennt mal ein bisschen Aufklärung, Klasse. Aber was ist hier? Hier ist wieder ein Kartenheini, ein Sklaven. Boah, so viele davon. Eine Glocke. Erinnerung an eine Heirat. Ach ja. Das ist hier überall nicht. Das irritiert mich echt. Also, so gar nichts. Keine Items. Das ist nicht der eine Kartenheini eben. Aber das ist echt gruselig. Nicht mal Story. Oh, du schon wieder. Lange ist es her. Und das ist nicht der Kartenheini. Oh, du schon wieder. 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 Ich weiß nicht, wie du schon wieder. Oh, du hast ja gesehen, was er gemacht hat. Er benutzt Reflex, um um umfekierbare Zauber aufzuschmeißen. zu schweifen das heißt ich muss gucken dass ich irgendwie entweder in der rechte regelmäßig klaue ja eben recht okay also bei dem ist anti-z definitiv mittel der wahl musste das jetzt sein außerdem jetzt das ist ein klassischer zauber deshalb muss er das nicht über die technik kommt schon was zur hölle die animationen waren so lang dass es nur weil sie dann durchgefrockt ist unfair das ist echt unfair weil wenn er wirklich wenn das jetzt wirklich ein flächentodesortteil war und mann nehmen wir an es hätten noch drei leute gestanden dann hätte das bewirkt dass bis das sagen wir vier leute kriegen todesortteil ab und mindestens zwei davon verrechnen schon allein während der eine wegen der animationsdauer das ist echt unfair also das fände ich wirklich das ist wirklich so ja gut muss ich den erhalten anti-z zu leibe rücken einfach damit er beschäftigt seine seine sein reflex nachzubuffen und sich nicht auf nicht konzentrieren kann wir können die theorie gleich in die praxis umsetzen an die z an 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 die z kann natürlich auch nicht reflektiert werden weil wenn es wenn es reflektiert werden würde das nicht weg auf macht so sehr viel angenehmer so und weiter geht's also ich habe definitiv meinen unliebsten gegner hier gefunden gucken wir ob irgendwer noch ability steine frei hat um gegen stopp immun zu werden wenn wir nicht so lange machen kann wie wie kann bald soweit er den nächsten stein eigentlich kann ich hier weg ich sehe schon oh mein gott das ist mutig dann habe ich das getan guck ich nehme felsen bis jetzt einfach mal raus weil bisher hat hier niemand äh äh dinge sind verwendet und dann hoffe ich einfach mal dass es so bleibt vergangene tage ja menschens kinda passiert hier auch mal wieder was au ach Gott diese diese oh Gott ist das endlich la Moscone Ja, was ich das darstellt, ist eigentlich nicht so schwer. Genau, wir haben es in euer Wert gesehen, da war das eh nicht dargestellt. Okay, ganz chronologisch ist die Reihenfolge hier nicht, aber es ist trotzdem eine schöne Zusammenfassung. Ihr nennt euch Terra, glaube ich.